und heute spielen wir minecraft im hackmodus ja direkt machen wir gamespeed 3 an ist ja mein lieblings wie ihr wisst oder vielleicht weiß ich es auch nicht aber leute ihr seht es bessere grafik und das spiel beginnt in einem reich deswegen sehen wir uns einfach gleich ok das geht los welche troste nicht natürlich keine die map die kenne ich aber nicht so gut ja weil ich spiele das ist ja sehr oft wo gibt es das ein kerl eine gute ausgerüstet Oh, ne, der ist gut. Ich verfolge ihn mal. Und trete ihn dabei. Hi. Hey. Du da. Hörst du mir mal zu? Hey, hey. Hey, du da. Was willst du? Hör mir doch mal zu. Ja, ja, ja. Hier. Ach, ey, Schweine. Du Schwein. Du musst sterben. Seine Sachen haben mir gefallen. Wo sind die Brutzeichen? Okay. Ich hab ein Goldschwert. Ja, das ist schon größer. Aha. Und was haben wir denn da? Ach. Ich komm auch so dran. Oh. 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 Ja, das ist mal gut. Den Diamant, den brauch ich eigentlich gar nicht. Erste ausrüsten. Okay. Also, ich kriege jetzt in die Hand und go. Weiter geht's. Wie viele Minuten? Sechs Minuten, okay. Sechs Minuten beginnt das Deathmatch. Also, mach ich mich wieder zurück. Auf dem Weg in die Mitte. Weit. Oh, da ist noch ein Kerl. Den werde ich noch killen. Oh, der ist aber echt gut ausrüstet. Aber nicht eine gute Waffe. Ey. Ey. Ich hasse es mit dem Speedtack. Es wird einfach so schnell. Und, oh. Oh. Hier, meine. Oh. Ich dachte, ob sie es gerade gehört. Was ich so gesagt habe. So. Und so. So. Jetzt bin ich auch gut ausgerüstet. Oh, jetzt ist da auch noch einer. Mann, was wollt ihr alle von mir? Naja, Hauptsache, ich muss euch gleich nicht mehr kennen. Boah, das sind echt gute Sachen. Muss ich schon sagen. Ich möchte ein paar blöde Sachen weg. Hm, ja, ich könnte sehr viel weg. Schmeißen, mach hier. Ich tue einfach hier rein. Besser, ey. Das brauche ich so zack. Ey, Mann. Hm. Oh, ja. Zurück in die Mitte. Mit der Eisenachse, wenn ich die Mitte jetzt finde. Oh, ja. Ich bin in Rage Mode. Tschüss, ihr Loser. Ja. Leute, ihr sagt jetzt bestimmt so, ja, mach dir ein Diamantenschwert. Du hast zwei Sticks, hast zwei Diamanten. Ist doch alles gut. Aber Leute, nein, ist nicht so gut, wie ihr denkt. Ich kann mir nichts craften. Also, es hat eine gute Sache, ähm, dass man jetzt Sachen einsammeln kann. Und, aber, die schlechte Sache ist, man kann sich nichts mehr craften. Eigentlich fühle ich mich jetzt sehr, sehr wohl. Ich nehme nur jetzt die guten Sachen weg, äh, weil wenn dann jemand kommt und dann sieht er das und dann sagt er, ja, ich hab gewonnen. Und dann tötet er mich später und das ist, das gefällt mir dann nicht. Läh, wie viele Poppies. Was sag ich, der Rosen, Donnie. Wie viele Blumen einfach. Oh nein. Okay, der ist schlecht ausgerüstet. Ich lasse mich einfach von hinten rein. Läh, 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 läh. Hey, hey, Peace, Peace. Hey, au ab. Ja, ich hab gewonnen. Ja, läuft. Okay, Leute. Das war's für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und, ja, falls ihr euch wundert, warum ich nicht mal sowas wie Sleeve und sowas aufnehme, wenn es geht nicht. Ich weiß nicht, bei mir geht es aber nicht. Aber egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und, ja, wie sagt man so schön? Ciao, Leute! Du blöder Villager. Blöder. 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 ạtatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat